Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es gegen Dynamo Dresden und da kann dann Fortuna gegen die Mannschaft, die diese Saison noch nie gewonnen hat, den Klassenerhalt mit einem Sieg sicher machen. Also hoffen wir mal, dass wir die Serie unter Tune fortsetzen, das Spiel nicht verlieren und mit den drei Punkten dann den Klassenerhalt heute schaffen. Also auf geht's! Mein herzliches Willkommen an alle Fans von Fortuna, bis wir noch! Hier ist unsere Aufstellung! Wir sind noch ohne die erste Elf und aufgestellt von unserem Chef-Trierer Daniel! Chihul! Im Turbü 33, Führerian! Kastenmeier! Mit der Nummer drei, André! Hoffmann! Die Nummer vier, Auer! Zanaka! Mit der Nummer sechs, Edgar! Die! Die 19, Emma! Die Oa! Mit der 20, Königs! Marai! Die 23, Schieter! Apfelkamp! Mit der 25, Matthias! Zypermann! Die 28, Kapitän Lüben! Helmix! Wie ist bei uns? Mit der 30, Joli! Wer weiß! Und die 34, Nikola! Favorit! Die 30, Joli! Die driver! Ich bin Ich bin 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Der Kader, der Kader, der Kader, der Kader! Oh, 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 oh Ja! 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 Jawoll! Ja! 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 Für den Katuner! Der Sitzel und Führungsreffer! Und der Toschitzel hat V23. Schütte! Am Beginn! Elche im Schale! 精are Allee! Allee, Allee! Allee, Allee! Allee, Allee! Allee, Allee, Allee! Ja, 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 ja! Und da ruht er sich bei seinem Tiefkammeral mit Glückwünsche und der Sitzgefrag von Tuna Trikot und er lässt sich wie Ali Reus! Schalala, 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 Forza Futina, Forza Futina, Forza Futina, traverse mal der Sitzgefrag von Tuna Trikot und er lässt sich wie Ali Reus! Ich bin froh mit Zwischofa Schalalalalala Ich bin froh mit Zwischofa Ich bin froh mit Zwischofa Applaus Hey! Hey! 1895, hey! Hey! 1895, hey! Hey! Oh, oh, oh! Oh, oh! Hey! Oh, oh, oh! 1928, der Schmiede! Die Töne, die wir sehen, ist jetzt gleich doppelt. Heuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuheuhe Ganz schlecht verteidigt. Ganz schlecht verteidigt. Ganz schlecht verteidigt. Das war jetzt am Ende echt enttäuschend. Die zweite Halbzeit war mal wieder gar nichts. Macht man nichts, müssen wir die Klasseneinheit nächste Woche gegen Heidenheim dann sicher machen. Und haben wir Dresden noch mal eine kleine Chance gegeben. Aber das wird wohl eh nichts mehr werden. Ich glaube die Saison ist gelaufen. Dann noch zum letzten Heimspiel gegen Darmstadt gibt es noch ein Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis dann.